Oh, schon gut. Alles okay. Ah! Nee, das schaue ich nicht. Okay. Ah ja, das klappt tatsächlich. Wir haben jetzt schon zwei Gravitationsschächte nach unten genommen und dieser Ort reicht noch tiefer? Boah. Ich bin gespannt, was uns ganz unten erwartet. Wie anstrengend. Wird eigentlich um zehn Feuer abend machen, aber ich glaube, wir bleiben hier noch ein bisschen stecken. Das ist übrigens das Schöne. Man muss nicht klettern. Gute Arbeit, Leute! Der Arme gern. Welcher gern? Das ist Daco hier. Komm, Bäumchen. Ist da hinter was? Ja, ein Abgrund. Ist hier was? Oh. Ja, ein Abgrund. Ja, ich verlasse mal das Missionsgebiet. Ah, das tut mir leid. Oder du pausierst aber spät einfach morgen weiter. Ich kann ja nicht pausieren. Ich kann ja nicht richtig speichern. Die anderen Ranger gibt es, glaube ich, wenn man den Kanal stoppt. Dieser falsch gewesen. Nicht einmal kehren. Bis zum Kern. Gibt es hier noch was Spannendes? Außer eine Lampe? Behälter. Nein, ich bin gerade erst gekommen. Was kommst du denn auch immer zu Spiele-Tool-Tricks? Spüren Sie das? Der ganze Boden vibriert vor... Irgendwas? Wir müssen nah dran sein. Kein Zweifel. Das hier ist das Herz des Gewöhnens. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Auch nicht. Mal atmet es oder was? Was ist das? Kann man nicht scannen. Okay. Warum kann man diese Räumchen hier nicht scannen? Ich finde die so uninteressant. Ein Behälter. Bläh. Also das schaut alles hammertollig aus. Das ist der Wahnsinn. Das stimmt. Das ist auch richtig schön. Kann man uns da drunter stellen? Kann man eine Dusche nehmen? Oder geht es da einfach... Hammer. Okay. Das ist irgendwas elektri... Ja, ich habe mein Schild mal wieder kaputt gemacht. Wie immer. Ist das spätestens. Nee, das stimmt natürlich. Da hast du absolut recht. Das ist das. Rot heißt nicht gut, du. Hm. Was ist das denn? Es scheint in Beziehung zu der Abregelung zu stehen. Mir lässt sich ohne Untersuchung nichts sagen. Rot ist nicht gut, du. Die Systemabriegelung deaktiviert. Gewölbe und Atmosphärenbatter sollten bald wieder funktionsfähig sein. Rider, die Abregelung ist vorbei, oder? Der gesamte Ort erwacht. Die Energiewerte sind unglaublich. Da muss erst der Elektrik verfolgen. Techniker! Unglaublich. Wenn alles wieder aktiv ist, müssten wir doch... Ich frage mich, wie lange sie... Oh nein, 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 nein! Kann sowas doch nicht! Wenn muss ich... Ich bin falsch gelaufen! Oh mein... Okay, nicht über die... Warum habe ich mich nur umgesehen? Wir brauchen sofort eine Brücke! Oh mein Gott, okay. Sie haben ja, das ist eine normale Brücke. Ich liebe dich, spiel gerade dafür ein bisschen. Es wäre wartsam zu fliegen, Rider. Ach! Ich weiß, Sam! Äh! Sam ist auch... Sam hat doch... Sam hat das mit dem Hoard definitiv verstanden. Definitiv. Es darf uns nicht erwischt! Es darf uns nicht erwischt! Er fährt von hier weg! Wir nehmen ihn! Ah! Es ist immer noch aktiv! Es säusert das gesamte Gewäne und tut alles, was in dem Weg steht! Aber es... Ja, uns zum Beispiel! Ah! Warum werden die Links immer gelöscht? Für die meisten nicht, ich weiß das auch nicht. Also, normalerweise sehe ich gelöscht Links als Menschen zu lieben. Ich sehe die immer. Aber wie wird das eigentlich gelöscht? Brauchen wir mal... Was ist das? Echt jetzt? Ich bin so lootgeil. Das ist unfassbar. Das gibt's nicht, ne? Ich bin so lootgeil. Ich bin so lootgeil. Wir haben's fast geschafft. Wo sind sie? Hallo? Bibi! Los! Los, los, los! Es ist direkt hinter uns! Offensichtlich! Zum Gravitationsschacht! Sie ist verschlossen! Los, brechen Sie sie auf! Das war ganz schön hektisch! Das war irre! Das hat Spaß gemacht! Was war dieses... Feld? Eine Falle! Was sonst? Eine Immunreaktion? Eine letzte Säuberung vor dem Neustart? Dieser Ort steckt voller Überraschungen! Dieses HZM. Äh, au! Ich habe das mit Beta-Discos so eingestellt, dass ich alles sehe als Original. Ich bin über eine Chat-App im Twitch-Chat. Vielleicht wird bei mir nix gelöscht. Musst du doch das gefertigen. Wenn du den Link ohne Permit sendest, wirst du ja auch... Ja, aber das haben ganz viele, die senden den Link und niemand sieht es, außer ein paar Leute. Ein Wettlauf mit dem Tod! Aber nichts gegen die Reaktivierung eines riesigen Gewölbes! Atmosphärenwadler ist online. Ich stelle die letzte Konsolenaktivität wieder her. Ist das der Helios-Cluster? Ja. Da sind wir. Das ist Eos. Irgendwas ist passiert. Wegen des Neustarts vielleicht? Wenn wir dieses Licht sind, könnten all diese Punkte inaktive Gewölbe auf anderen Welten sein. Oh nein. Möglich. Aber warum gibt es ein ganzes Netzwerk? Wozu dienen sie? Solange es uns ihre Erbauer nicht selbst erklären, können wir nur spekulieren. Wir haben Bots gesehen, lebende Pflanzen, Atmosphärenwandler. Ich hab mal Nachschub für ein Ratsteam beschafft, das die Atmosphäre eines Eisplaneten geimpft hat, um die Polarkappen zu schmelzen. Und Leben zu ermöglichen. Vielleicht sollte der erste Wandler, den wir gesehen haben, den Planeten gar nicht zerstören. War das der Plan dieser Erbauer? Welten bewohnbar zu machen? Einen ganzen Cluster zu terraformen? Hey, sehen Sie mal. What the fuck? Das ist anders. Ist das vielleicht aktiv? Wir müssen dorthin. Sam? Extrapolation läuft. Diese Koordinaten liegen jenseits des uns bekannten Raums. Markier sie auf den Karten. Wir müssen mehr wissen. Gehen wir an die Oberfläche. Ich brauche frische Luft. Lut muss immer eingesammelt werden. Bei Horizon hat es mich schon etwas aufgeregt, als mich eine Katzszenen beim Luten gestört hat. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Ich kenn das. Wenn du, da willst du einfach in Ruhe das machen und dann rennst du in die nächste Katzszenen aus der Sinn ran und denkst du so, boah, danke dafür. Hm. Kann man jetzt auf dem Planeten einfach so rumlaufen? Wart für einen Himmel. Offensichtlich. Kein Atmosphärenwandler arbeitet so schnell. Wenn dieser Effekt charakteristisch ist, werden sich die Luft- und Feuchtigkeitswerte erheblich verbessern, Pathfinder. Eos könnte erschlossen werden. Wir können Fuß fassen. Mehr brauchen wir nicht. Nur einen Anfang. Diese Relikttechnologie könnte unser Überleben sichern, falls wir sie kontrollieren können. Das schaffen wir schon. Ein Handbuch könnte trotzdem nicht schaden. Wir haben eine Spur. Sam hat sie auf den Karten markiert. Dieser Ort ist definitiv aktiv. Wer weiß, was wir dort finden werden. Wir? Sie wollen mit uns kommen? Ich will wissen, wie die Relikte ticken und Sie haben den Schlüssel zu Ihrer Technologie. Oder eine Brechstange. Willkommen an Bord. Wir besorgen Ihnen einen schicken Jobtitel für Ihre Kurien. Ich brauche nur eine Truhe. Datenpad, Zahnbürste, saubere Unterwäsche. Das reicht mir. Wir sehen uns später. Ach, das ist ihr Shuttle. Sie ist schwierig, aber Sie verstehen Ihr Handwerk. Sie kann uns helfen. Oh. Ich glaube... ...zu unseren neuen Außenposten. Sie haben bereits einen idealen Standort gefunden. Der Nav-Punkt ist vermerkt. Ich informiere die Tempest. Die Tempest kann es kaum noch erwarten, Rider. Die Kolonisierungsschiffe sind unterwegs und bereit für den Einsatz. Ich glaube, ich habe mein Fahrzeug einmal kurz in Gold und Kupfer getumpt. So, plopp, fertig. Krass, es ist cool, dass wir jetzt hier ganz normal eben rumeiern können. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Aha, 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 okay. Aber was auch immer. Ähm. Ein Bundle bei Steam, das Whispered World and Head kostet gerade... Ich habe noch... Oh. Das ist doof, dass du zu wenig Geld hast. So, ich würde aber sagen, wir bleiben natürlich noch auf EOS. Ey, ich bin unfassbar überwältig, wie lange so eine Quest eigentlich geht, ne? Es ist schon ziemlich krass. Helos Aufgabe im erster Mörder. Ne, 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 die wollen wir schon verfolgen. So, weil diese Quest findet auch hier irgendwo auf dem Planeten statt. Und wir haben noch eine Lebensfähigkeit von 66%. Wir müssen hier noch ein paar Sachen natürlich auch erkunden. Wir haben hier noch ein paar Abbruchstellen. Das ist ganz nice. Und irgendwie ist ja hier auch noch was, ne? Also von daher... Gucken, sehen wir uns ein bisschen mal um noch. Aber das machen wir natürlich nicht mehr heute. Wir speichern das Spiel jetzt mal. Jetzt noch ein bisschen zum nächsten Mal. Okay. Vielen Dank.